So, damit willkommen zurück zu Herr der Ringe, ach Quatsch, das heißt ja nicht Herr der Ringe, das heißt der Mittelerde Schatten von Mordor, der helle Herrscher. So, wir markieren ihn hier, werden aber erst noch mal einen Ring, eine Ringaufgabe machen. Ich muss gerade mal überlegen, welche machen wir denn mal? Äh, machen wir denn, was ist das denn? Äh, organisiere einen Hinterhalt, in dem du schwer brand magst, bevor sie ihr Ziel erreichen. Dann machen wir die Ringaufgabe. Ich habe gerade den Herrn gesehen. Was ist das denn? Erst tragen wir die Fässer her, dann zwingen sie uns dieselben Fässer dorthin zu tragen. Hach! So, haben wir hier rauf, bitte? So, dann schon diese Ringaufgaben mal an. Hopp, 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 hopp. Jawoll. Äh, Brandmark schützt mich vor. Äh, Brandmark. Ich bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Äh, Scheiße. Ah, verdammt, ich habe keine... Wir sollten alle unsere eigenen... Habe ich da gerade etwas gehört? Da drüben hat sich etwas bewegt. Äh, Brandmark. Äh, ist doch knapp. Na, komm hoch. Und es sind nicht die elenden Sklaven. Äh, eh... Nichts! Verdammt. Nein! so schalte besser aber nur der wind dann müssen wir uns woanders nach einem kampf umsehen so schalte es läuft alles von selbst so 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 Es sind immer die Berserker, die den Grog kriegen. Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. War wohl nur eine Ziegengestripp. Wenn du weiter rumjammest, gibt es noch viel mehr davon. Du, 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 verstecken. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Hä? Keine Spur. Mit Ochtrak habe ich kein Mitleid. Egal. Egal, was es war, es ist weg. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Willst du dein Jagdgeschick verbessern? Dann spür mir ein paar Karagor auf. Die aufzuspüren ist einfach. Die zu töten ist eine andere Sache. Okay, wir müssen immer mehr schneller rum. Wir brauchen mehr Regen und viel mehr Donner. Dann haben die Sklaven noch etwas mehr zum Jabba neben dem Hunger und den Kmalen. Was ist mit den Bleichheiten passiert, die wir gefangen haben? Der Aufwand hat die beiden. So, zack. Sechs. Die Hälfte haben wir schon mal. Die Armeen sind auf neue Vorräte dringend angewiesen. Ich habe ein paar Nachwürdige Spuren entdeckt. Ich habe es schon mal. Okay. Schleifmann. Der Erbmann zwei Lager weiter ist eine Schlipfregel. Der Erbmann zwei Lager ist eine Schlipfregel. So, das ist ein Lager. So, das ist Nummer 9. Du bist immer so schreckhaft. Aber er sieht fair aus und alt ist. Der Erbmann zwei Lager ist eine Schlipfregel. 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 der Dunkelheit du wirst zudem werden dass du zu zerstören suchst Macht führt nicht nur in die Dunkelheit das Licht Eregions wird das Land des Schattens wieder erhellen Sie macht es dunkel Erschießt doch den Booten nicht Das ist die einzige Ringaufgabe die wir jetzt noch da haben Ein Boot wurde in den Ausgang verborgen zwischen vielen weiteren um eine Attacke gegen einen deiner Türme zu koordinieren Beherrsche sie alle um den Ort an dem der Schrankstoff verborgen ist zu finden und ihre Pläne zu enthüllen Ja komm, machen wir das mal eben Aber jetzt machen wir das den Schnitt Zudem, verlassen Das nächste Mal wieder Bis dahin, aufgesehen, tschüss